Herzlich willkommen! Übungen zur Quantenphysik. Wir starten erst mal mit den klassischen Aufgaben zum Fotoeffekt. Sehr, sehr beliebt im Abitur, in allen möglichen Variationen. Und wir steigen tatsächlich mit einer original alten Abi-Aufgabe ein aus dem damaligen Physikleistungskurs 2003 Baden-Württemberg. Ich blende sie euch ein. Ein A-Teil war für uns nicht interessant. Es geht hier gleich los mit dem B-Teil. Ihr seht hier eine Fotozelle. Mit der Glasummantelung drin ist die Ringanode und die Kathode. Da vorne Blende und ein durch eine Linse gebündeltes Licht fällt auf die Kathode, ohne idealerweise die Anode zu streifen. Und das, was ihr hier seht, ist so eine Art versteckte Gegenfeldmethode. Wir hatten ja in dem Versuch die Spannung, eine Gegenspannung von außen angelegt und hochgeregelt und dann festgestellt, aha, irgendwann kommt der Fotostrom zum Erliegen. Das hier ist eine andere Versuchsanordnung, in die man sich erst mal reindenken muss. Also Lichtwelle ist eine Wasserstoffspektrallampe. Die sendet ganz bestimmte Wellenlängen aus. Und die Fotozelle selber ist jetzt an einen Messverstärker angeschlossen mit sehr großem Innenwiderstand. Was das zu bedeuten hat, sehen wir gleich. Und man sorgt mit Hilfe eines Gitters dafür, dass die Fotozelle nur von Licht genau einer Wellenlinke getroffen wird. Und wenn man dann ein Spannungsmessgerät an den Messverstärker anschließt, stellt man fest, das zeigt nach relativ kurzer Zeit eine konstante Spannung an. Und das Auftreten dieser Spannung soll man jetzt erst mal erklären. Okay, auch wenn man am Anfang erst mal ein bisschen überfordert ist, fängt man mal mit der Erklärung an, hier passiert ein Fotoeffekt. Darum geht es selbstverständlich in dieser Fotozelle. Das heißt, das Licht, das hier auftrifft auf die Kathode, löst einen Fotoeffekt aus. Das heißt, es treten Elektronen aus der Kathode aus, die dann sich in den Raum hinaus bewegen. Und ein paar dieser Elektronen werden jetzt auf der Ringanode landen. Und das bedeutet natürlich hier, das wird sich positiv aufladen oder potenzialmäßig gesprochen, das Potenzial der Kathode, Groß K, wird steigen und das Potenzial der Anode wird sinken. Da kommen ja Elektronen drauf, die wird also negativer. Und jetzt kommt das Entscheidende. Der Messverstärker, den habe ich hier nicht mehr mit extra eingezeichnet, sondern das ist jetzt hier eine Kombination aus Messgerät und Messverstärker, welches dann hier eine Spannung am Ende anzeigt. Dessen hoher Innenwiderstand, den ich hier symbolisch als unendlich viel Ohm bezeichnet habe, sorgt dafür, dass jetzt nicht ein Ladungsausgleich stattfinden kann. Oder so gut wie keiner. Also es wird hier kein merklicher Fotostrom fließen. Das heißt, ich kann die Anode und die Kathode wie einen Kondensator betrachten. Das sind zwei Metallteile, die sich isoliert gegenüberstehen. Und eben das Entscheidende ist, die sich hier über dieses Kabel nicht oder so gut wie nicht entladen können. Und damit ist das ein Kondensator, an dem ich eine Spannung abgreifen kann oder messen kann. Das geschieht eben hier über den Messverstärker, weil es sind hier lächerlich kleine Ladungsmengen involviert. Deswegen kann ich, oder es ist schwieriger, einfach direkt mit dem Spannungsmessgerät das zu messen. Wir werden in der späteren Aufgabe noch eine Variation von dieser Methode sehen. Da macht man hier einen echten Kondensator hin, also mit richtiger Kapazität im Gegensatz zu hier. Das ist ja winzig kleine Kapazität. Und dann kommen da solche Ladungsmengen drauf, dass man die auch ohne den Messverstärker tatsächlich messen kann. Das macht diese Aufgabe hier ein bisschen komplizierter, wenn man erst mal denkt, was soll denn der Messverstärker und was für eine Rolle hat der Ihnen Widerstand? Okay, ich hoffe, das ist klar geworden. So, und was passiert jetzt? Es wird immer weiter ein Fotoeffekt ausgelöst, es werden immer weitere Elektronen austreten. Und jetzt baut sich aber hier zwischen Anode und Kathode ein elektrisches Feld auf. Ja, wie gesagt, es ist letztendlich ein Kondensator. Ich habe hier mal versucht, ein paar Feldlinien anzudeuten und auch versucht, dass die senkrecht hier auf diesen Metallteilen enden. Das echte Feld wird natürlich anders aussehen und komplizierter, aber darum geht es nicht. Es ist auf jeden Fall kein homogenes Feld, so viel ist klar. Wenn ich da diesen Ring habe und eben diese Flächenkathode, da wird irgendeine komplizierte Feldform rauskommen. Entscheidend ist nur, dieses Feld wird jetzt die weiteren Elektronen, die austreten, abbremsen. Ja, so ganz naiv gesprochen, das Minus der Anode stößt jetzt die Elektronen ab, die auf die Anode wollen. Und schöner sagt man das eben so, es baut sich hier ein elektrisches Gegenfeld auf und dessen Feldstärke nimmt natürlich zu, je größer hier der Potentialunterschied wird und damit je größer diese Spannung hier wird. Und dieses Feld entzieht jetzt den Elektronen, die durch den Fotoeffekt ausgelöst werden und zur Anode wollen, Energie auf ihrem Weg. Und irgendwann schaffen es eben nicht mal mehr die energiereichsten Elektronen, also die mit E-Kin-Max, die Anode zu erreichen und dann wird die Spannung konstant. Dann kommen keine weiteren Elektronen mehr auf der Anode an und der Potentialunterschied hier ändert sich nicht mehr. Und das ist das, was mir dann dieses Spannungsmessgerät mithilfe des Messverstärkers eben anzeigt. Und dann ist die Spannung U, die auch in der Tabelle in der Aufgabe gegeben ist, eben gerade die Maximalspannung an diesem Kondensator. Und die nennen wir normalerweise die maximale Gegenspannung. Also nochmal, das ist nichts anderes als eine Gegenfeldmethode, nur dass ich jetzt nicht von außen eine Gegenspannung anlege, sondern die sich ganz natürlich hier aufbauen lasse zwischen Anode und Kathode, indem ich hier eben den Ladungsausgleich verhindere. Okay, und jetzt kommen wieder die Standardargumente. In diesem Extremfall, wenn keine weiteren Elektronen mehr ankommen, ist E-Kin-Max, die maximale kinetische Energie der schnellsten oder energiereichsten Elektronen, die aus dem Metall rauskommen, gerade gleich groß wie deren potenzielle elektrische Energie. Also die kommen quasi dann gerade hier an der Anode noch an, haben dann aber bei dem Bremsvorgang ihre komplette Energie verloren und werden dann durch das Feld zurückbeschleunigt. Also E-Pot elektrisch Max ist gleich E-Kin-Max. Und jetzt kommt eben wieder hier die Einsteingleichung ins Spiel, die eben auf der Lichtquantenhypothese basiert. Das ist dann gleich H mal F minus W A. Also E mal U und das Schöne ist jetzt eben U kann ich hier ganz bequem ablesen. E mal U gibt mir dann diesen Ausdruck auf dieser Seite hier an. Okay, das war die Erklärung der Spannung. Das ist schon eine kleine Herausforderung, das physikalisch schlüssig und in einem schönen Text aufzuschreiben. Ist aber auch andererseits schön, weil da eben ein bisschen Physik dahinter steckt. Jetzt kommt die nächste Teilaufgabe. Früher, inzwischen haben sie es glücklicherweise geändert, waren immer nur so nervige Böppel. Da war nicht A, B, C, D und so weiter, sondern da war A oder B und dann so eine Reihe von Unterpunkten. Das war immer etwas unglücklich, weil man da auch gerne einen übersehen hat. Ihr solltet ein E-Kin-Max F-Diagramm zeichnen. Dazu füllen wir erstmal diese Tabelle aus. Das Einfachste ist die letzte Spalte, denn die maximale kinetische Energie ist gemäß dieser Beziehung hier nichts anderes als die Spannung. Nur, dass ich eben hier noch das E dran multipliziert habe und damit die Einheit Elektronenvolt oder Elektronenvolt kriege. Ich kann mich immer nicht entscheiden. Elektronenvolt heißt es, glaube ich, offiziell, aber Elektronenvolt klingt auch nett. Also das sind einfach die gleichen Zahlen. Und die Frequenz rechnet ihr mit der Standardformel aus der Wellenlänge aus, denn Lichtgeschwindigkeit ist Frequenz mal Wellenlänge, also ist Frequenz Lichtgeschwindigkeit durch Lambda. Lichtgeschwindigkeit ist gegeben, 3,00 mal 10 hoch 8 Meter pro Sekunde. Dann einfach in den Taschenrechner eintippen und dann das Ganze schön in ein Diagramm verwandeln. Netterweise ist auch die Achsen-Skalierung bzw. Einteilung gegeben, von wo bis wo ihr zeichnen sollt. Und dann kommt am Ende dieses Diagramm raus. Also ihr habt hier vier Messpunkte, die liegen alle schon relativ gut auf einer Geraden. Ihr nehmt also einfach das Geodreieck und zeichnet jetzt so eine Gerade, dass die möglichst gut alle Punkte erreicht. Dann wichtig, die muss hier aufhören, denn negative kinetische Energien sind physikalisch sinnlos. Aber wir stricheln sie weiter, denn hier können wir ja den Betrag der Austrittsarbeit ablesen. Denn hier in dieser Gleichung minus WA ist der Y-Achsenabschnitt. Die Y-Achse ist hier die W-Achse oder die E-Kin-Max-Achse. Genauso gut könnte ich W hinschreiben. Egal, hat er die gleiche Einheit. Und dann könnt ihr hier ablesen, das könnte im Heft wahrscheinlich ein bisschen genauer, ungefähr 1,85 war zwischen 1,8 und 1,9 bei mir. Ebenfalls ablesen kann man die Grenzfrequenz. Das waren tatsächlich hier 4,65, also zwischen 4,6 und 4,7 auf meinem großen Tafelgeodreieck. Wenn das jetzt ein bisschen variiert, ist das nicht so schlimm, wenn ihr 4,6 habt oder 4,7. Vielleicht auch noch 4,5, aber es sollte jetzt nicht 5 oder 4 irgendwie sein. Aber wie gesagt, die Punkte liegen ziemlich schön schon auf einer Geraden. Und dann das entscheidende Sinn dieses Versuchs. Hier haben wir ja eine Geradengleichung. Also das als Funktion von f gesehen ist eine Gerade mit Steigung h und Y-Achsenabschnitt minus w a. Das heißt, wenn ich jetzt hier die Steigung rauslese, dann habe ich das Planck'sche Wirkungsquantum experimentell bestimmt. Das ist ja eigentlich der Zweck des Versuches zum Fotoeffekt. So, und das ist jetzt wichtig. Das könnte auch zu Abzug führen im Abitur. Ihr solltet nicht einfach zwei Wertepaare nehmen und hier da das Steigungstreieck draus machen, also Delta E durch Delta F, indem ihr euch zwei rauspickt, weil dann hättet ihr nicht alle Messwerte berücksichtigt, sondern ihr müsst tatsächlich mit dieser Geraden arbeiten. Ganz, ganz wichtig, macht euch da eine kleine Notiz dazu. Ich habe es jetzt so gemacht, dieser Punkt liegt bei mir wirklich sehr genau auf der Geraden, das heißt, den habe ich verwendet. Und als anderen Punkt nehme ich jetzt den Punkt mit der Grenzfrequenz. Der kommt ja nicht in der Tabelle vor, das heißt, ich verwende wirklich die Ausgleichsgerade, die ich da gezeichnet habe. Für die, die ein GTR haben, ihr könnt natürlich auch lineare Regressionen mit diesen vier Punkten machen und dann spuckt ihr euch ganz bequem eine Gleichung der Geraden aus, die ihr am besten, ich glaube nach der Methode der kleinsten Quadrate oder irgendwie am besten, diese Messpunkte erfasst. Wir machen das hier von Hand. Ich nehme, wie gesagt, hier diese Energie, also die da und vergleiche sie mit den Null Elektronenvolt hier und dann ziehe ich die beiden Frequenzen voneinander ab und das hier ist eben meine abgelesene Grenzfrequenz. Dann bekomme ich Elektronenvolt durch 1 durch Sekunde, also Elektronenvolt Sekunde und diese Zahl hier. Meistens gibt man aber das Planck'sche Wirkungsquantum in der Einheit Joule Sekunden an. Deswegen setze ich jetzt ein, das Ding hier, Elektronenvolt oder Elektronenvolt ist eine Energieeinheit und entspricht, ein Elektronenvolt entspricht 1,6 mal 10 hoch minus 19 Joule. Könnt ihr euch ganz leicht merken, ihr setzt hier einfach das E ein. Da müsst ihr nur aufpassen, keinen Einheitenfehler zu machen. Da kommt dann nicht Coulomb raus, sondern ihr nehmt ja noch mal Volt. Und Volt ist aber Joule durch Coulomb, das heißt Coulomb mal Volt gibt gerade Joule, wie ihr es haben wollt. Dann nehmt ihr also dieses Ergebnis mal die Elementarladung, eben mit der richtigen Einheit und kriegt 6,43 mal 10 hoch minus 34 Joule Sekunden raus. Was für so einen Versuch hier ein durchaus vernünftiger Wert ist. Exakt wäre 6,63, aber das ist in Ordnung. Und bei diesem Boppel hier sollte man noch die Grenzwellenlänge ausrechnen, weil die kann man sich einfach besser vorstellen als die Grenzfrequenz. So die großen Zahlen sagen zumindest mir gar nichts mehr. Da nehmt ihr wieder diese Formel, die ist mal aufgelöst nach Lambda. Dann ist die Grenzwellenlänge Lichtgeschwindigkeit durch Grenzfrequenz. Und dann kommen ungefähr 645 Nanometer raus, das heißt wir sind hier im roten Bereich des Lichtes. Und wenn es noch länger wellig wird, dann kann es keinen Fotoeffekt bei diesem Material mehr auslösen. Das hier, das könnte zu Barium oder Cäsium passen. Das ist aber nicht gefragt, da müssten wir euch eine Tabelle geben. So, im nächsten Boppel ist gefragt, welche Erkenntnisse über die Natur des Lichts lassen sich aus dem Fotoeffekt ableiten? Also ich nehme jetzt direkt Bezug auf diesen Versuch hier. Zunächst mal kann man sagen, die Einstein-Gleichung Rot-Sternchen hier sagt ja voraus, dass Ekin-Max in Abhängigkeit der Frequenz linear sein wird. Da kann man sagen, passt schon mal sehr gut. Und dieser Gleichung liegt eben, das ist das Entscheidende hier, die Lichtquantenhypothese zugrunde. In dem Sinne kann man sagen, dass der Fotoeffekt die Lichtquantenhypothese bestätigt. Allerdings ist das ein bisschen mit Vorsicht zu genießen, sage ich gleich was dazu. Dann schreibt es hin, was die aussagt. Die sagt aus, also man kann sagen, Licht besteht aus Photonen. Das ist aber schwierig, besser ist zu sagen, weil was wir hier nur sehen, ist die Wechselwirkung von Licht mit Materie. Genau, die Wechselwirkung von Licht mit eben diesem Metall, dem Kathodenmaterial. Und da hat Einstein gesagt, Licht überträgt seine Energie bei Wechselwirkung, WW steht für Wechselwirkung mit Materie, nicht kontinuierlich, wie man es eben in der klassischen Theorie von der elektromagnetischen Welle erwartet hätte. Je länger die halt eben hier drauf strahlt, desto mehr Energie überträgt sie. sondern quantisiert, also in Paketen in Anführungsstrichen, Lichtquanten hat Einstein die genannt. Und die Lichtquanten haben ein Energiegehalt von h mal f. Und diese Dinger nennt man heutzutage Photonen. Hat auch Einstein schon so genannt. Das ist die Aussage über die Natur des Lichtes. Und es ist, wie gesagt, schwierig zu sagen, Licht ist oder Licht besteht aus diesen kleinen Paketen. Sondern eben in diesem Aspekt, Wechselwirkung mit Materie, verhält es sich so, als wäre seine Energie quantisiert. Oder als würde die Energie in so Paketform übertragen werden. Und jetzt, das ist ein wichtiger Punkt, wenn man davon ausgeht, dass ein Elektron in dem Kathodenmetall jeweils nur ein Photon absorbieren kann, dann erklärt es das Auftreten einer Grenzfrequenz. Und jetzt das hier, das war mir selber lange Zeit nicht klar. Bei geringen Intensitäten ist das tatsächlich so. Hat man heute zweifelsfrei nachgewiesen. Also die Lampen, die wir in der Schule haben, sind zweifellos von geringer Intensität. Wenn die Intensität aber stark hochgefahren wird, ich kann euch jetzt nichts Quantitatives sagen, aber vermutlich bei irgendeinem sehr starken Laser, ein Laser mit sehr großer Leistung, ist es so, dass tatsächlich Elektronen auch mehrere Photonen absorbieren können. Und dann können auch kleinere Frequenzen und damit größere Wellenlängen einen Photoeffekt tatsächlich auslösen. Also wenn ihr sowas im Nebensatz fallen lasst, im Abi, super. Müsste aber auch nicht, wird nicht von euch erwartet. Jedenfalls, wenn man diese Annahme reinsteckt, dann folgt daraus ganz eindeutig die Existenz einer Grenzfrequenz. Nämlich F-Grenz ist W A durch H. Das ist gerade erreicht, wenn hier Null rauskommt für die maximale kinetische Energie. Das heißt, die Elektronen werden gerade so aus dem Metall rausgelöst. Da kann man sich jetzt streiten, ist gleich Null sinnvoll oder muss es echt größer Null sein? Sagen wir einfach, bei gleich Null schweben sie gerade so über dem Kathodenmaterial und können sich aber nicht mehr wegbewegen, weil sie keine nennenswerte Geschwindigkeit mehr haben. Wenn er das auflöst, nach F kommt er auf diese Formel für die Grenzfrequenz. Auslösearbeit durch Planck'sches Wirkungsquantum. Und das ist jetzt eben der krasse Widerspruch. In der alten elektromagnetischen Lichttheorie sollte es sowas nicht geben. Sondern wenn ich die Lampe genügend hell mache, also genügend hohe Intensität des Lichtes, oder wenn ich sie lang genug auf die Fotozelle scheinen lasse, dann sollte Licht jeder Wellenlänge einen Fotoeffekt auslösen. Und das beobachtet man eben nicht, wie gesagt, bei normalen Intensitäten. Okay, also kurz zusammengefasst. Das ist ein Indiz dafür, dass Einsteins Lichtquantenhypothese ganz gut ist. Und die besagt eben, Licht überträgt seine Energie, quantisiert in Form von Energiepaketen, die man heutzutage Photonen nennt. Wieder noch ein kleiner Ausblick oder eine Anmerkung für die Besserwisser, Besserwisserinnen. Es gibt tatsächlich sogenannte semiklassische Modelle. 1969 haben die Physiker Lamb und Scully tatsächlich ein Erklärungsmodell für den Fotoeffekt geliefert, welches komplett ohne Photonen auskommt. Semiklassisch heißt, die Atome in dem Kathodenmetall, die werden als quantisiert betrachtet, deren Energieniveaus werden als quantisiert betrachtet, aber das Licht wird als klassische elektromagnetische Welle behandelt. Und dann kann man in diesem Modell widerspruchsfrei ebenfalls den Fotoeffekt erklären. Rückblickend muss man sagen, aus diesem Versuch hier folgt noch gar nicht zwingend die Quantisierung des Lichtes. Allerdings hat man heutzutage viele, viele andere Versuche durchgeführt, die diese Quantisierung eindeutig belegen oder dass es eben ein Aspekt des Lichtes tatsächlich darstellt. Okay, letzter Bobbel bei Teil B. Erläutern und begründen Sie, wie sich das Diagramm verändert, wenn man unter sonst gleichen Bedingungen, erster Strich in die verwendete Lampe, durch eine mit doppelter Lichtleistung ersetzt. Okay, das kann man eindeutig beantworten. Man schreibt am besten nochmal die Gleichung hin, die die gemessene Spannung in Abhängigkeit von der Frequenz angibt. Dazu löst man einfach diese gleiche Sternchen nach U auf. U von F ist dann 1 durch E, Elementarladung, mal HF minus WA. Da steht nirgendwo die Leistung der Lampe drin, also kann sich U auch nicht ändern. Was man noch dazu sagen könnte, ist, dass aber die Spannung, die dann ja als Konstant irgendwann beobachtet wird, dass die konstante Spannung sich schneller einstellt, weil höhere Leistung heißt, mehr Photonen pro Sekunde. Damit mehr Elektronen pro Sekunde ausgelöst, damit treffen auch mehr Elektronen pro Sekunde auf die Anode. Das heißt, das wäre noch eine Feinheit, diese Grenzspannung wird sich also schneller einstellen. Und auch das muss man nicht hinschreiben, wenn man das im Hinterkopf hat, könnte man noch sagen, das könnte sich dahingehend verändern, wenn die Leistung jetzt plötzlich so groß wird, dass ein Elektron mehrere Photonen aufnehmen kann, und dann könnte sogar noch für eine andere Wellenlänge ein Fotoeffekt passieren. Aber da bringt er euch eher in Schwierigkeiten, wenn er da zu viel schreibt. Okay, ein letztes Strichchen. Wenn ein anderes Kathodenmaterial verwendet wird, auch das kann man ganz schnell beantworten. Das hier hängt ja jetzt spezifisch von dem Kathodenmaterial ab, welchen Wert das hier hat. Ansonsten bleibt das aber alles gleich. Das heißt, wenn ich jetzt ein anderes Kathodenmaterial habe, habe ich einfach einen anderen Y-Achsenabschnitt. H wird sich aber natürlich nicht verändern. Das heißt, die Steigung des Diagramms bleibt weiterhin gleich. Ist ja einfach H. Aber sie wird sich nach oben oder unten verschieben, weil eben der Y-Achsenabschnitt sich ändert. Und damit wäre diese Teilaufgabe B beantwortet. So, neue Teilaufgabe mit neuem Haarschnitt. Schöne Grüße an meine Frau, die mir und meinem Vater seit Pandemiebeginn die Haare schneidet. Nette kleine Anekdote am Rande. Die Physiotherapeutin meines Vaters hat ihn irgendwann gefragt, oh, neuer Haarschnitt, waren Sie beim Friseur? Er hat gesagt, nee, hat die Schwiegertochter gemacht. Ah, ist die Friseurin. Nee, promovierte Mathematikerin. Hat zu einer gewissen Erheiterung geführt. Okay, zurück zur Physik. Nette Abwandlung des Aufbaus in Teil C. Wir haben jetzt die Fotozelle und arbeiten aber nicht mit einer Gegenspannung, sondern betreiben sie mit einer sogenannten Saugspannung. Hier vereinfacht der Schallplan. Eigentlich sollte man hier ein Potti verwenden, wobei man kann auch ein Netzgerät nehmen. Ist egal. Dieser Pfeil soll andeuten, dass die Spannung hier variabel ist. Und das Entscheidende ist, der Pluspol ist jetzt an der Anode und der Minuspol an der Kathode. Und hier, ich habe doch nochmal, auch wenn es in der Aufgabe nicht vorkam, einen Messverstärker hier mit eingebaut, denn die Ströme sind extrem klein. Hier sind wir im Mikroampere-Bereich. Das ist schon relativ viel. Das geht aber auch gut bis in den Nano- oder bei Gegenspannung sogar in den Picoampere-Bereich. Also, wir haben ein weiterer Experiment. Veränderliche Spannungsquelle. Hochempfindliches Amperemeter. Wie gesagt, hier nochmal Messverstärker. Könnt ihr auch weglassen. An der Fotokathode lässt man monochromatisches Licht. Wellenlänge ist gegeben, 589 Nanometer. Also, so einen orangenen Bereich. Mit der Strahlungsleistung 0,4 Milliwatt fallen. Man erhöht nun die Spannung, also die Saugspannung von 0 Volt an, bis die Stromstärke I nicht mehr steigt. Also, hier Amperemeter misst die Stromstärke I. Wenn man schreibt, macht das Ampere da rein. Egal, mache ich es weg. Maximale Stromstärke beträgt 3,2 Mikroampere. Erklären Sie, warum die Stromstärke trotz steigender Spannung nicht weiter zunimmt. Okay, auch wenn man das vor dem Abitur noch nicht gehört hätte, kann man da drauf kommen, was passiert. Fotoeffekt, also Glasgehäuse und Blende und Licht ist nicht mehr eingezeichnet. Fotoeffekt löst nach wie vor hier Elektronen aus. Aber anstatt, dass die jetzt abgebremst werden, werden die jetzt hier von der positiv geladenen Anode angezogen und gleichzeitig von der negativ geladenen Kathode abgestoßen. Das heißt, sie werden Richtung Anode beschleunigt. Jetzt kann es aber durchaus sein, dass einige, die zum Beispiel gerade auf die Mitte dieser Ringanode durchfliegen, so schnell sind, dass sie nicht von dem Feld zurückgeholt werden, sondern gegen das Glas knallen und dort absorbiert werden vom Gehäuse. Wenn ich jetzt aber diese Spannung immer weiter hochfahre, dann wird das Feld zwischen Kathode und Anode immer stärker und irgendwann wird jedes einzelne Elektron, das durch den Fotoeffekt ausgelöst wurde, tatsächlich zur Anode hin beschleunigt und tritt damit in diesen Stromkreis hier ein. Und dann kann natürlich hier die Stromstärke nicht mehr weiter steigen. Außer natürlich, ich haue hier 1000 Volt oder noch mehr ran, sodass die Elektronen noch zusätzlich aus der Kathode rausgerissen werden. Aber das ist nicht gemeint. Wir arbeiten hier in der Regel ja mit Akkus, mit kleinen Spannungen. Und das ist die Erklärung. Also dazu sagen, wenn das 0 ist oder zu klein, kann ein Großteil der Elektronen oder wird vermutlich vorbeifliegen. Das ist ein ganz, ganz dünner Ring, diese Anode. Und wenn ich es weit genug hochfahre, werden alle quasi abgesaugt von der Kathode auf die Anode. So, und jetzt noch eine schöne kleine Rechnung. Berechnen Sie den Bruchteil der Photonen, die unter diesen Bedingungen Photoelektronen auslösen. Also, was haben wir gegeben? Wir wissen, die Leistung des Lichtes ist 0,4 Milliwatt. Das heißt, da müsst ihr euch erinnern, was Watt ist, 0,4 Millijoule pro Sekunde. Und da steht schon da, jede Sekunde werden 0,4 Millijoule an Energie von der Lampe auf die Kathode gestrahlt. Mir ist jetzt nicht eine Intensität gegeben, also Leistung pro Fläche, sondern das ist so gemeint, dass auf der gesamten Kathode jetzt eben 0,4 Millijoule ankommt, was ich vermutlich gleichmäßig verteilen soll pro Sekunde. Diese formale Umrechnung mit der Formel ist nicht nötig, aber ist nochmal ganz nett, wenn man sich daran erinnert. P ist E durch T oder W durch T, je nachdem, wie ihr es nennen wollt. In dem Fall nenne ich es E. Und jetzt kommt das Entscheidende. Für uns überträgt Licht seine Energie in Form von kleinen Paketen, die wir Photonen nennen. Und laut Einstein trägt jedes Photon die Energie h mal f. Und alle Photonen zusammen, die pro Sekunde ankommen, müssen natürlich dann 0,4 Millijoule im Gepäck haben. Und so kann ich jetzt ganz leicht ausrechnen, wie viele Photonen pro Sekunde ankommen. Ich muss einfach die Gesamtenergie durch die Einzelenergie eines solchen Photonenpakets dividieren. Okay, das steht hier. Dann müsst ihr einsetzen, h mal f ist h mal c durch Lambda, denn ihr habt ja nicht die Frequenz, sondern die Wellenlänge gegeben. Und dann das bitte selber eintippen, üben, dass ihr ein bisschen Übung im Umgang mit dem Taschenrechner kriegt. h ist 6,63 mal 10 hoch minus 34. Ist auch in all diesen Aufgaben immer gegeben. c ebenfalls gegeben, 3 mal 10 hoch 8. Und Lambda habt ihr sowieso. Und dann sollte rauskommen, 1,18 mal 10 hoch 15. So viele Photonen kommen jede Sekunde an der Kathode an. Okay, jetzt müssen wir verwenden, dass der maximale Photostrom 3,2 Mikroampere beträgt. Das heißt, gemäß der Formelladungsmenge ist Stromstärke mal Zeit. Das heißt, dass pro Sekunde, also wenn ich das mal eine Sekunde nehme, 3,2 Mikrokulern an Ladung durch dieses Amperemeter, beziehungsweise den Messverstärker, fließen. Und das muss ich jetzt noch umrechnen in der Anzahl an Elektronen. Klein n Index e für Elektronen. Jedes Elektron trägt die Elementarladung 1,60 mal 10 hoch minus 19 Kulern. Also muss ich diese Gesamtladungsmenge durch die Elementarladung teilen. Und kriege hier sogar ohne Taschenrechner dieses Ergebnis. 3,2 durch 1,6 ist 2. Mikro ist 10 hoch minus 6. Durch 10 hoch minus 19 macht 10 hoch 19 nach oben 10 hoch 13. Das heißt, so viele Elektronen werden pro Sekunde nur ausgelöst. Und dann kann ich durch den Vergleich dieser beiden, das habe ich noch hier den Index, ich habe hier noch den Index pH für Photonen ergänzt. Wenn ich das hier durch das teile, dann habe ich den Prozentsatz. So, dann kommt raus, dass tatsächlich knapp unter 2%, nur 1,7% der Photonen, die an der Kathode ankommen, tatsächlich auch nur einen Fotoeffekt auslösen. Was geschieht mit dem Anteil des Lichts, der nicht zum Fotoeffekt beiträgt? Ja gut, ein Teil wird sicherlich reflektiert. Wir haben eine metallische, recht glatte Fläche. Das heißt, ein Teil der Photonen wird reflektiert. Eventuell trifft das reflektierte Licht sogar noch auf die Anode und löst dort unerwünschte Effekte aus, weil ja mit der Zeit auch das Kathodenmaterial ausdampft und ein Teil sich auf der Anode niedersetzt. Das heißt, man kriegt hier noch gewisse Störfaktoren. Ich weiß nicht, inwieweit die die Messergebnisse für H tatsächlich beeinflussen. Und natürlich werden auch Photonen von Elektronen absorbiert in der Kathode. Und diese Elektronen geben aber durch viele Stöße ihre Energie schon ab, bevor sie das Kathodenmaterial verlassen können und tragen damit zur Erwärmung bei. Also zwei Effekte, Reflexion, wobei da auch schon eine Absorption mit dabei ist und dann vermutlich eine kleine Erwärmung, Reflexion des Lichtes und Erwärmung des Metalls durch eben die Elektronen, die es nicht schaffen herauszutreten, aber trotzdem die Energie haben und die an das Gitter abgeben. Das beschließt Teil C, dieser, wie ich finde, insgesamt recht schönen und runden Aufgabe. Okay, ich hoffe, das hat ein bisschen geholfen bei der Klausurvorbereitung oder beim Lernen aufs Abitur. Vielen Dank fürs Zuschauen und macht es gut! Vielen Dank!